Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir einfach die iCrymax Barry Hobby in Roblox und zwar mit Barry. Was geht, was geht? Hast du doch gar nicht gesehen, oder? Nee, das ist iCrymax, ey. Ich bin so ein Paulberger, ey. Ich sag's dir. Ey, wie cool. So, dann schau mal an, wie das Ganze hier aussieht. Oh mein Gott, Barry, schau mal. Wie cool ist das denn? Und da oben steht sogar schon Paulberger Roleplay. Boah, guck mal da draußen. Das sind seine ganzen Getränke. Voll cool, ne? Er hat ja ein eigenes Getränk. Die Paulberger Limo. Boah, voll cool. Fan von iCrymax. Ey, wenn du das siehst, ey, kommentier mal hier. Komm mal hier. Okay. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall auch hier ausbrechen, ne? Oder willst du weiter hier drin chillen? Äh, wie findest du eigentlich das Logo hier von iCrymax? Ich find das richtig cool. Das sind einfach... Sind das zwei Baseballschläger? Ja. Ich glaub schon. Voll cool, oder? Leute, lasst alle mal ein Like und einen Kommentar da. Let's go. Okay, let's go. Leute, nicht vergessen, auch ein kostenloses Abo da lassen. Komm jetzt, Barry. Wie lange willst du denn da drin chillen? Ich bin schon auf dem Weg. Ich glaube, du bist ein richtig großer iCrymax-Fan. Ah, ich bin ein Riesenfan, Jan-Zelt. Deswegen freue ich mich schon auf diese Obby. Wow. Guck mal hier jetzt. Da oben läuft einfach Limonade runter. Und da unten sind einfach richtig viele Paul-Berger-Limos. Guck mal, Lemonade-Geschmack. Aufgefallen, wie ich gerade heute aussehe. Ja, wie siehst du denn aus? Wie immer eigentlich, oder? Ja, nicht jetzt in Roblox. In echt. Du siehst mich doch. Ach so, ja. Wie siehst du denn aus? Wieso hast du dich so schick gemacht? Ja, zähl. Barry hat heute Birthday. Dein Ernst, Barry? Ich hab's einfach vergessen. Happy Birthday. Ja, ich hab doch keinen geschenkt bekommen. Voll gemein, oder? Ähm, Leute, ich muss auf jeden Fall hier Ihnen heute Robux kaufen. Ja. Und Leute, wenn ihr mich glücklich machen wollt zu meinem Geburtstag, dann lasst ihr jetzt alle mal ein Abo da. Auf jeden Fall. Komm jetzt, Barry. Komm, komm, komm. Wir müssen doch hier ausbrechen. So. Ich schub's nicht runter, Jan-Zelt. Ich schub's nicht. Nein, Barry, ich hab echt keine Lust darauf. Hör auf. So, Leute. Wie in jedem Barry's Prison muss man hier über diese Metallteile. Genau. Und das kann Barry nicht so gut. Komm. Ach, komm, Barry. Genau. Komm, jetzt. Komm, noch einer. Hey. Okay, 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 okay. Wie gut aus bist du jetzt. Nochmal. Ey, pass auf. Ah. Sprich hoch. Ah. Das war knapp. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Was war da denn los, ey? Also wirklich passend wärst du da runtergefallen. So, jetzt sind wir auch schon hier bei iCrymax. Guck mal. Ah, nicht hau. Ey, was ist denn mit iCrymax passiert? Der hat ja voll den dicken Bauch bekommen. Ja, der saß vielleicht zu lange an seinem Gaming-Tisch. Und er hat nur viel Chips und Paul-Berger getrunken. Ah. Oh, guck mal. Hier ist ein Minecraft-Song. So ein Paul-Berger-Song. Ah, hab mich gefangen. Na hier, da hängen richtig viele Poster. Voll cool. Oh, cool. Genau. Ja, krass, oder? Ich kenn doch den Paul-Berger-Song. Ja. Paul-Berger-Limo. Na, 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 na. Leute, wer von euch kennt den Song, kommentiert. Oh, guck mal. Das sind seine Minecraft-Videos. Die find ich auch immer richtig cool. Das mag ich am meisten bei ihm. Minecraft? Ja. Ich mag eigentlich die GTA-Spiele, wo er immer so... Echt? ...quatscht. Ja, schon. Voll verrückt. Jeder mag immer irgendwas anderes. Also, ich liebe die Minecraft-Videos, die er postet. Voll cool. Ich finde, iCrymax könnte auch gerne mal Roblox spielen, oder? Ja, oder? Ich glaube, das spielt er sogar. Er spielt das. Aber mit uns. Mit uns. Wir müssten alle kommentieren, iCrymax spielt er mit Jansel. Ey, ja. Das ist so cool. Barry, wo bist du eigentlich? Bist du in die Jungstoilette gegangen? Mann, ich bin einfach runtergefallen. Ich komme. Einen Moment. Ah, Leute. Ich dachte, er sitzt hier auf Jungsklo. Wisst ihr, was ich meine? Äh, wieso ist hier... Es gibt immer nur ein Mädchenklo bei Barry's Prison. Wieso ist das so? Das verstehe ich auch nicht. Boah, guck mal die Scheibe an. Ey. Die spiegelt, aber auch irgendwie nicht. Ja, komm mal her. Komm mal her. Guck dir lieber das hier an. Hier. Standi Bunny sitzt hier. Guck mal, wie cool der aussieht. Einfach Standardskill hat sein Gaming-Zimmer auf Toilette. Ja, cool, oder? Ey, ich guck mal jetzt, was auf seinem PC drauf ist. Ja, Spotify hat der... Aha. Roblox hat der nicht drauf. Egal. Egal. Egal, dafür ist er ja hier im Roblox-Obby hier drin. Genau, also Standardskill. Ich mach mal wieder die Tür zu. Äh, jetzt gehen wir weiter, ja? Ah, ey, guck mal, hier ist es einfach pink. Vielleicht bist du irgendwann so gut wie ich. Oh mein Gott, ey, komm jetzt. Ich weiß genau, was uns erwartet. Es ist so pink wie... Aha. ...dein pinker Drink. Guck mal. Oh, Bubblegum. Wow, das ist auch meine Lieblingssorte. Rate mal, wieso bei so schön pink ist. Oh, ich liebe auch Bubblegum. Das schmeckt einfach wie Kaugummi. Ja, das ist einfach so schön. Ich liebe es. Ich bin ins pinke Wasser gefallen. Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, hier ist die Fabrik. Also hier wird Paulberger auch gemacht. Das kann sein. Ich mein, guck mal, hast du mal an den Wänden gesehen? Da ist so ein Paulberger Sticker drauf überall. So eine Tapeten. Wow. Nein. Ich bin runtergefallen. Oh nee. Pass auf, ey. Ich werd immer aufgetrickst von diesen Dingen an. Aber du trickst dich ja selber aus. Hier gibt's ja gar keinen Feind. Verstehst du, was du meine? Ja, du trickst dich einfach selbst aus, Mann. Okay, was gibt's denn hier noch, Jansel? Lass mal gucken. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier weiter, Barry. Oh mein Gott, eine pinke Kugel warst du auf uns. Eine riesen Bubblegum-Kugel. Ja, ey, ich schubst mich nicht. Alter, ich schubst mich einfach. Barry, hör auf. Wer mit Barry spielt, hat Probleme. Ja, ich weiß auch gar nicht, wieso ich immer wieder mit dir spiele. So, jetzt geht's los. Mann. Ha, ha. Leute, wisst ihr, das kommt davon. Ich wollte dich schützen. Ja, das kommt aber davon. Weißt du, wenn man frech ist, dann passiert genau so etwas, Barry. Ich bin nicht frech. Ja, ja. Ich bin einfach so cool. Ja, ja, so. Auf jeden Fall bin ich schon hier oben. Soll ich schon mal gucken, wer sein Bösewicht ist oder noch nicht? Äh, ich bin gleich hinter dir. Ja, ja, ich gucke extra noch nicht. Aber ich finde diese Obby hier richtig cool. Leute, es gibt auch meine eigene Obby, die Jansel-Obby. Da ist alles so schön pink mit ganzen Barbie-Cars. Und Lukas hat auch eine eigene Obby. Da sind richtig viele Brawl Stars-Spieler. Und ja, hier, iCry wechselt sein Getränk, ne? Ja. So, dann schauen wir mal hier. Oh mein Gott, guck mal. Oh mein Gott. Ah, ha, ha. Eine Riesendose. Ich finde das so cool, ne? Ich habe das ja hier mit Lukas gespielt. Ah. Wenn ich das jetzt hier nochmal sehe. Einfach eine Dose rennen wir da her. Ey. Einfach eine Zitronen-Power-Werker hat das gefangen. Ah, ich habe jetzt Bock so. Ich habe es geschafft. Ey, was ist denn, wie ist denn die so zum Leben erwacht, Jansel? Hast du da, ey? Wir sind auch gerade in einer, hier, in einer Dose drinne wahrscheinlich. Äh, wie cool. Ja. Siehst du den Boden? Guck mal, der Boden, das ist da, wo man es öffnet. Und wir, das ist so diese Wasserblasen, auf denen wir gerade springen. Ja. Das ist diese Säure, also die Kuhlensäure. Ah, ich verstehe. Ey, Jansel, hier ist ein Raum. Was für ein Raum? Guck mal. Was ist denn da? Ein ganz dunkler Raum. Hä, ich bin gerade an die Treppen runtergefallen. Was ist denn da? Was ist denn in dem dunklen Raum? Ist da irgendwas? Ich weiß nicht. Komm mal schnell. Okay, Barry, jetzt bin ich hier. Let's go. Alter, ist das dunkel. Den Raum, meine ich, Jansel. Alter, ist das dunkel? Boah, ist das dunkel. Zum Glück ist da aber nichts. Komm jetzt hier weg. Ey, voll gruselig. Komm. Wieso sind wir da reingegangen? Ey, wirklich, Barry. Es war echt unnötig jetzt hier. Wirklich. Als ob ich bei mir schon einen dunklen Raum gebe. Auf geht's nach oben. Auf geht's nach oben. Da oben ist jetzt die Cafeteria. Und du weißt ja, da kommt immer der Speedrun. So, schauen wir mal. Boah, das ist eigentlich der schwierigste Part mit der Treppe, mit der Leiter, ja. Holberger Bücherei. Oh mein Gott. Leute, ist das nicht cool? Wow! Wow! Seine ganzen Bücher. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Los Karos und Pixelwelt. Let's go! Ich feier das so wunderbar. Los jetzt. Ey, über die Bücher springen ist auch viel besser. Uh! Ah, ich hab Paul Berger gerützt. Komm. Na, endlich, Barry. Hier bist du jetzt auch mal endlich. So, let's go. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie lange er ja gebraucht hat. Wir haben locker zehn Minuten hier rausgeschnitten. Oh, das musst du jetzt nicht den Leuten sagen. Es ist heutzutage mein Geburtstag. Da kannst du doch wohl sagen, dass ich ein Profi bin. Ja, okay, es tut mir leid. Leute, wünscht mir Barry alles Gute. Happy Birthday. Happy Birthday, Barry. Happy Birthday, Barry. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg. Mann. Geh du mir aus dem Weg. Geh du mir aus dem Weg. Geh weg. Ich glaub jetzt nicht. Doch kein Happy Birthday mehr. Weißt du was? Ich glaub nicht, was wird gewachsen. Du kriegst heute kein Geschenk mehr. Kein Geschenk. Juck und gar. Das einzige Geschenk, was ich will, ist, dass die Zuschauer ein Abo dalassen. Oha. Alles alles egal. Wirklich? Leute, lass alle ein Abo da. Für Barrys Geschenk. Bitte. So. Geh mal hier hoch. Und öffnen das. So. Jetzt hier hoch. Mann. Geh mal weg. Ja, ich mach das nicht mit dir zusammen. So, du kannst es mal schön alleine machen. Okay, komm, ich warte auf dich. Okay, ich komme. Let's go. Und? Da bist du ja. Wow. Das kenn ich. Der ist jetzt vergessen. Guck mal. Das ist ein Primax mit seiner Playsy. Und das ist wohl ein sehr bekannter Tanz, den er da macht. Wow. Ja, cool, oder? Wow. Ja. Das ist auch einfach eine Riesen-Playstation. Wow. Sagst du, wir können die einschalten? Lass mal gucken. Gibt's hier einen Knopf? Die ist schon an. Nicht schon an. Ja, ich weiß ja. Echt? Auf der Playsy. Wie? Oh, nicht. Aber ich bin da drauf. Alter, wie hast du das denn geschafft, Barry? Ich weiß nicht. Alter, Leute. Wie hat er das denn geschafft? Guck mal, wie weit oben er ist. Alter, Barry. Also, auf der Playsy springt man ja im Normalfall auch nicht. Und soll ich sagen, die Playstation ist ja an. Weißt du, was wir gerade drauf spielen? Was denn? Roblox. Hey, wie cool ist das denn, wenn man darüber nachdenkt? Ne? Wir sind eben im Spiel gerade gefangen. Genau, wir sind im Spiel gefangen. Also, wir sind in dem Playstation-Spiel gefangen, sozusagen. Cool, oder? Boah, das ist aber auch nicht schwer, ne? Ja, leider. Oh Gott, wenn du mich schubst, dann geht's hier gar nichts, Barry. Ja, tut mir leid. Wirklich. Leute, wenn ihr das auch spielen wollt, ne? Diese iCrymex-Obi. Ja. Johnsell hat in die Videobeschreibung den Link gepackt. Einfach raufklicken und mitspielen. Yay, voll cool. So, jetzt müssen wir alle Ventile wieder zumachen. Dieses Level kennen wir ja alle zu gut. Ah, aber nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Dann ist hier eins, da kann man ruhig ein bisschen fallen. Ich falle. Oh Gott, wenn du zu weit fällst, dann schaffst du das nicht. Ich hab gesehen, wie du an mir vorbeigeflogen bist, ey. Jetzt vielleicht. Ja, jetzt hab ich das geschafft. Jetzt, jetzt. Dann ist auch noch einer. Okay, okay, warte. Ach, das hab ich schon geöffnet, Leute. Ich bin so blöd. Ich hab das schon geöffnet gehabt. Beri, du bist diesmal echt. Also, ich weiß nicht warum, aber dieses Level kannst du immer richtig schnell und richtig gut. Ja, ne? Ja, das muss ich echt sagen. Diese Ventile öffnen. Ja klar, ich hab mir das auch, glaub ich, 500 Mal gespielt. Ja, also so circa, ne? Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Leute, wir haben so viele... Nein! Gerade reden wir, wie gut der ist und dann fällt der einfach vor mir runter. Ey, so lustig. Auf jeden Fall, äh, Beri sagte doch jetzt gerade, dass wir das über 500 Mal gespielt haben. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, dass wir 500 Videos haben. Aber wir haben das wirklich so oft gespielt, dass man fast sagen kann, wir haben 500 Mal Roblox angemacht, ne? Ja, genau, also wir haben alle möglichen Level schon gespielt. Also, wer mehr gucken will, geht einfach auf den Kanal und guckt noch mehr Videos. Ja, guck mal, hier gibt's richtig viele. Hier gibt's so eine Tapete voller Bubblegum-Drinks. Hä, was kämpfst du denn? Wartst du auf mich, oder was? Ja, natürlich, auf wen denn sonst? So, komm, Beri, auf die Plätze, fertig, los. Fertig, los. Oh, wir waren gleich schnell. Ja, irgendwie schon. Nein! Wieder mal direkt hinter mir weggeflogen, der Beri. Nein, ich will das auch können. Das war so lustig, ey, wirklich. Meine Sicht ist auch aber so komisch. Oh, ich hab's geschafft, Beri. Wirklich nach 100 Jahren! Beri! Ey, du wollt nicht wissen, wie oft ich runtergefallen bin. Ey, Leute, das wollt ihr echt nicht wissen. Diesmal waren so ungefähr 20 Minuten Cut-Pause tatsächlich. So, jetzt aber. Also, das Video wird zwar so 20 Minuten gehen, oder vielleicht ein bisschen weniger, aber davon hat Beri noch eine halbe Stunde Fehler gemacht. Ey, tut mir leid, ey. Ey, guck mal, Minecraft-Portal. Wow! Oh mein Gott! Ey, das ist einfach E-Coinics-Minecraft! Wow! Das ist cool! Und der ist ein superschneller Flitzer hier. Jetzt schnell die Foodzucker nehmen. Foodzucker, abballern! Oh, boh! Ah, sick! Ah! Nimm das, E-Coinics! Ey, der hat so ein Schwert in der Hand, ja? Das ist so ein Schwert, das glaubst du, ein stärkstes Schwert, was es gibt. Ja? Aha. Wir versuchen ihn gerade mit TNTs abzuwerfen, weil er... Ey, einfach TNT auf E-Coinics! TNT ist doch dein Lieblings-Werkzeug bei Minecraft, oder, Parrish? Ja! Ey, kennst du doch den Burger-Pommes-Song? Da sagt er doch, TNT in den McDonald's rein! Oh, ja, 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 das war so cool! Das war so cool! Ey, Justin, ich seh die Kamera! Ja, die löscht sogar rot, das heißt, wir sind gerade in einem Livestream drinne. Wahrscheinlich von iCrimex. Oh, nee, sag mir nicht, wir werden gerade von iCrimex beobachtet. Ja, nicht nur beobachtet, er hat bestimmt schon einen Livestream gestartet mit uns. Da müssen wir gut spielen, da gucken so viele Leute zu. Wow, guck mal, dein Auto! Wow, sind wir denn hier gelandet? Wow, Jatzel, ey, ich geb dir, äh, 1000 Eurobugs, wenn du weißt, was das für ein Lamborghini ist. Das ist ein Lamborghini Urus. Boah, krass, ja, ja! Ja, natürlich weiß ich, dass ich will, ich will auch ein Urus im Pink. Boah, das wär krass. Ja, oder? Das wär mega cool. Deswegen weiß ich, was das für ein Auto ist sonst, keine Ahnung, Leute. Dann geht's jetzt mal hier wieder los, jetzt haben wir hier diese ganzen Laser-Dinger hier. Ja, also ich find das mit den Lasers schon kompliziert immer. Also ich mag das gar nicht, Mann, das ist voll schwer. Ja, ich auch nicht. Bitte, bitte. Ich wünsch dir, dann könntest du da einfach so durchfliegen. Oh mein Gott, das war bei mir, war das gerade richtig knapp. Wow, geschafft, 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 geschafft. Zum Glück. So, Barry. Ey, ich will nicht wissen, wer der Endboss ist, ey. Ich will das auch nicht wissen, ey, mein Gott. Warte mal, vor allem, ich hab das ja schon mal mit Lukas gespielt. Ich hab's einfach vergessen. Ich hab einfach vergessen, wer jetzt der Endboss war. Wirklich? Ja. Wie kann man das denn vergessen, Janssen? Ja, wenn man tausendmal Roblox spielt am Tag, ich spiel ja so tausendmal ungefähr, weil ich ja Roblox über alles liebe. Ja. Dann vergisst man auch manchmal, was da war, weißt du, was ich meine? Ich guck jetzt kurz. Okay. Okay. Und? Oh. Oh, was? Oh, ich weiß, was da ist. Ich weiß, was da ist. Was? 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 Ich kann mich erinnern. Das ist ein riesen I-Cry-Max-Roboter. Aber was haben die mit seinem Gesicht gemacht? Aber man sieht schon, dass er das... Also, naja, man sieht das irgendwie nicht. Also, das ist ein I-Cry-Max, wenn er sein Gesicht nicht gewaschen hat, wahrscheinlich. Oh, Gott. Na, Mist, Barry. Die haben das ein bisschen hier verzerrt, ne, mit seinem Gesicht. So sieht er doch gar nicht aus. So. Und? Genau, Leute. Ja. Immer, 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 immer auf die Arme schießen. Das ist der Schwachpunkt von den Robotern. Guck mal, da ist einfach sein Logo auf seiner Brust. Ah! Ja! Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, mein Gott. Boom! Da ist er weg. Woo! Let's go! Ja, let's go! Steig ein! Ich bin schon eingestiegen. Ich bin schon losgefahren, Barry. Let's go! Nicht so wie du. So, jetzt... Boah, war das schnell. Komm, wer von uns heute schafft, als erstes Helikopter zu fliegen, hat das ganze Spiel gewonnen. Okay, machen wir so? Okay, 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 okay. Okay, Leute, wie ihr wisst... Boah, ich darf nicht einmal runterfallen, ne? Ja, Leute, wie ihr wisst, kann man erst aus dem ganzen Berries-Gefängnis raus, wenn man in den Helikopter steigt. Ja. Ja, erst dann fliegt man ja auch aus diesem Gelände raus, weißt du? Und ich weiß nicht, was ich immer für ein Problem hab, aber irgendwie kann ich hier mal nicht hochklettern. Ich falle mal runter. Leute, wenn ich das jetzt schaffe, ne? Nein, nein, nein! Barry hat Druck, Barry hat Druck. Ich hab wirklich Druck. Ja! Ja! Endlich! Ja! Leute! Endlich bin ich mein Erster. Jetzt fliege ich hier raus aus der I-Cry-Max Barry's Prison. Wenn ihr wissen wollt, wo all diese Spiele sind und wo meine Obby ist, Lucas-Obby, I-Cry-Max-Obby, dann, Leute, die ganzen Links sind in meiner Videobeschreibung. Geht da rauf. Lasst ein kostenloses Abo da. Barry, wo bist du? Ich schaff das nicht. Egal, ich bleib jetzt für immer im Gefängnis. Ciao, Jungs. Okay, ich bin schon komplett weg. Oh mein Gott, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!